Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, zu einer neuen Runde Emergency 4 Biberfelde. Wenn dir das Video gefällt, lass ein Like da und um nichts mehr zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Ich schmeiße erstmal einen normalen Krankenwagen rein und gucke mir die Sache da mal an. Was gibt's? Schon unterwegs? Auf dem Weg? Bin unterwegs. Auf dem Weg? Gut, ich finde es hier. Fahrzeug 9. Ach so. Ich fahr mit dem ITW einfach gerade hin, weil er jetzt da ist. Ich hab ein RTW in der Nähe. Nee, ich fahr mit dem ITW einfach hin, weil er gerade da ist. Ach so, okay, gut. Da ist nur das alles dabei, dann brauch ich nichts. Das wäre vielleicht sogar noch mal ran mit dem normalen gewesen. War gerade ziemlich knapp. Genauso auf der Linie oder ganz knapp drunter. Ob das da nur das ist, weiß ich nicht. Normalerweise noch nicht. Hat diese ganzen Rettungsansätze? Hast du noch was ins Verhalten? Ja, ich hab noch was. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Hm. Kannst du nicht vorne rein, vorne ist Tür? Ich bin mir nicht so sicher bei dem Haus, weil eins von den beiden Häusern ist immer zu. Ja, mag sein, aber die können trotzdem nicht da hinten reinfahren, wo du alarmiert hast, weil das mittlerweile den Pfosten unterwegs sehe ich gerade. Ach tatsächlich? War der Pfosten da, oder? Ja. Nein, den haben die da hingemacht, das habe ich jetzt gerade festgestellt. Geht ausgeführt. Gut, dass ich mit dem Fahrlecht da bin. Fahrzeug 45, Höhe 20. Ich bin immer noch zur falschen Seite. Äh. Ja, bin unterwegs. Auf dem Weg. Ja. Schon unterwegs. Ach, ich hab nur das alles da, ich fahr. Hast du? Ja, ich hab nur das und rettet uns so einen da. Fahrzeug 9. Schon unterwegs. Ist das ein Drehleitereinsatz? Wenn ja, brauch ich einen Drehleiter. Ich bin mir nicht sicher, das ist ein Drehleiter, definitiv. Ja. Ich brauch einmal Drehleiter, bitte. Es ist ein Drehleiter. Fahrzeug 42, Höhe 20. Was ist da, okay, warte. Was ist da, okay, warte. Man geht, bin unterwegs. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Willkommen. Wird gemacht. Fahrzeug 45, Höhe 20. Fahrzeug 9. Fahrzeug 42, Höhe 20. Fahrzeug 42, Höhe 20. Ich hab keine Rettungswagen mehr, das ist so viel Mdien der Mannne. Fahrzeug 42, Höhe 20. Bist du erst den Drehleiter auf, weil das ein Schlaganfall... Ja, ich bin ja dabei. Fahrzeug 42 hört, hört, hört. Was gehts? Hä, zu müssen... Fahrzeug, Fahrzeug, 40, hört. Fahrzeugverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrt Da müssen drei verletzte Personen sein So, ich fahre aber tatsächlich mit irgendwas hinfahren, weil Rettungsdienst herne ich grad Dafür schockt mir Rettungswagen, ich fahr mit einem Rettungswagen schon mal hin Äh, du kannst schon mal den ITW bestellen Der ITW ist jetzt grad auf Abwägen Ja, das ist aber definitiv diesmal Ich hau mal ne Alarmierung von ITW raus, aber das wird ne Zerweite dauern Leg erstmal ab, ich behandle mal mit dem Wurzeln, den ich hier hab Ja, Fahrzeug 42 hört, Fahrzeug 42 hört, ja, der ist tot Ja, aber wir waren ja so schnell Tja, der Fahrzeug 42 hört Ach, warum steige ich ein? Falsch Ähm, kann man das jetzt mit dem Bestatter lösen, ja, ne? Ja, muss ja Denk an die Person, deine Welche Person? Die hier, die du dann behandeln bist, wahrscheinlich Die Person links ist ne Notarztbegleitung Wenn du den Neff da hast, der Link, der obere, also zum Hydranten hin Der ist Notarztbegleitung Ich hab noch keinen Notarzt da Doch, du hast den hier in Neff stehen Achso Fahrzeug 9, was gibt's? Ich hab noch rausgekommen Ist da eine Laterne leer? Mitgemacht Ja, der eine Laterne Ja, wird umgehend durchgeführt Hallo, Spiel aufnehmen Fahrzeug 40 Fahrzeug 9, Fahrzeug 40 Ich komm von oben mit einem Krankenwagen runter So, da haben wir jetzt genug Ein paar Minuten, ne? Ja, wir kommen ja nicht Komm ich jetzt nicht durch, ich muss nur sagen, habe ich auf Schicksugdorf Was gibt's? Okay, ähm Notarzt kommt von mir weg Das zweite ist auch keine Notarztbegleitung Fahrzeug 40 Höre Höre, wird umgehend durchgeführt Fahrzeug 40, auf dem Weg Ja Haste schon schaffen ein Tipp tons Ja Ist unterwegs Höre Auf dem Weg Auf dem Weg Fahrzeug 48, Höre Auf dem Weg Auf dem Weg Schon unterwegs Ihr Joo rab Ja, wird umgehend durchgeführt. Schmack du dir den... Nein! Ja, ist doch egal, Veggie, ich nehme. Nee, du hättest dein Notarzt-Projekt ummachen müssen. Dann wären wir nicht abhängig voneinander mit Notarzt. Nee, ist doch wurscht. Fahrzeug 40. Was gibt's? Komm, lad einen. Alles voll. Ich bin gerade den Dieb da am verfolgen. Werde ich jetzt gerade nicht darauf reagieren. Ich habe noch einen Schlaganfall. Schlaganfall? Wieso haben wir denn schon wieder einen Schlaganfall hier unten? Wir haben ihn schon wieder einen. Ja, weil der Bestatter noch wegfahren muss. Ach so. Ich hab gar nicht gesehen, dass der Bestatter noch da steht. Okay, gut, dann haben wir erst wo der ist. Fahrzeug 34 hört. Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Fahrzeug 9. Wär besser, ja. Und nichts mehr. Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ist das wieder Dreh, Alter? Ja. Fahrzeug 42 hört. Wird gemacht. Fahrzeug 42 hört. Ah, der ITW ist wieder da. 18 hört. Ja. Bei mir in der Feuerwehr geht es gerade wie ein Blutschlag zu. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Auf den Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. 2, 2, 3 bis wieder. 2, 4, 5 Jahren. 未 Bis zum nächsten Mal.